willkommen zu einer neuen folge von warframe so der mac dauert immer noch den werden war vermutlich mal denke ich mal den ersten zwei aufnahmen dann probieren können der oberen im ron den können wir jetzt auch bauen werden mich in der ruckin zelle andererseits und nicht hier alles schon bauen ich könnte mich jetzt auch schon den ember bauen den haben wir jetzt definitiv komplett nee das lassen wir noch für die nicht alle auf einmal bauen nachher komme ich da voll durcheinander gut machen wir weiter auf dem saturn so die hatten wir alle schon glaube ich überleben attentat gefangennahme ja die müssten alle so weit haben noch eine gefangen habe ich würde jetzt gerne die mission spielen die verteidigung sabotage sabotage auslöschung noch ein arsch wegen mission hier gewinnt mission scheinbar nicht nur gut dann können wir auf nur freunde wieder stellen und suchen uns jetzt noch was schönes auslöschungs mission können wir mal wieder machen darüberhin gibt es schon wir sind das sind wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind wir sind so gehen wir es mal hier lang gucken wir sind erscheinbar in die andere richtung 870 schild jetzt viel mehr haben wir jetzt auch nicht ich frage mich was ist wenn man echt alle plätze mit schild belegt ob das überhaupt geht oder ob man nur eine mod version immer nur tragen darf was wäre wenn ich alle plätze mit schild und die hochlöbel wie viel schild habe ich dann damit hier alle stecken auch eigentlich hätte ich einen alarm machen lassen was trägst du denn da ich bin lockt out let's override the security es geht schon wieder ausgesperrt da war doch gar kein alarm vorher wir sitzen deswegen Oh, verdammt. Ich will mal noch kurz was gucken. Jo. Shit, 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 shit. Das, die Ausführungen waren nicht so toll. Wie suchen wir, hinkten er sich da nicht richtig an? Ich will da rein, verdammt. Hallo, danke. Ich will da rein, verdammt. Ich will da rein, verdammt. Was ist das? Jetzt hast du die Mälde. Hä, was soll das hier? Da ist ja genau das gleiche Ding. Und da müssen wir sogar durch. Typ ist immer noch da. Ich weiß noch nicht. Und das ist ja gut. Oh, eine gute Idee. 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 vergießen ist wo man sich meine natürliche mit dem ospit noch eine Götlinge, oh Gott nicht weg da oben toll schackt es kommt es ist es ist es ist es ist es ist We are free to proceed. Hey, warte denn du. Ist hier nur einer oder nicht? Ich bin nicht, Uwe. Uwe! Ta, mit den Räubern! Häh! nur 6 3 hey Ich sag jetzt nicht, wir haben jetzt irgendwo wieder einen Feind übersehen, ey. Das sieht mich fast so aus. Dann wächst nicht ganz so weit, weil ich möchte, da waren wir das bestimmt irgendwie, ja dann war es auch und das ist bestimmt irgendwie hier zurückgelaufen. Wo ist der denn? Der sitzt da dran, oder? So, und ab zum Ziel. So. 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 So.